Cyberport präsentiert den Akkusauger V6 Trigger Plus von Dyson. Mal schnell die Couch oder den Autositz saugen? Das klappt am besten mit einem kleinen Handstaubsauger, der Ihnen völlige Freiheit lässt, fernab von jeder Steckdose. Der Dyson V6 Trigger Plus Akkusauger setzt dabei neue Maßstäbe an Effizienz und Komfort. Der kompakte Handstaubsauger von Dyson ist vor allem für Kurzeinsätze und schwer erreichbare Stellen geeignet. Aufgrund des Designs und einem Gewicht von 1,6 Kilogramm liegt er angenehm leicht in der Hand. Der Akkusauger reinigt mit einer konstanten Saugkraft von 28 Watt, welche per Knopfdruck bei hartnäckigen Verschmutzungen auf 100 Watt erhöht werden kann. Mithilfe der mitgelieferten Aufsätze können Sie sowohl glatte als auch gepolsterte Oberflächen von Staub und Schmutz befreien. Dank des verbauten Motors und der zwei Reihen Zyklontechnologie erhalten Sie eine konstante Saugkraft, mit welcher sich auch Allergene beseitigen lassen. Die Leistung fällt dabei dreimal höher aus als bei herkömmlichen Staubsaugern. Zusätzlich benötigen Sie keine Staubbeutel mehr und können den integrierten Behälter nach dem Saugen per Knopfdruck entleeren. Der verbaute Nickel-Mangan-Cobalt-Akku liefert je nach Saugstufe Strom für 20 bzw. 6 Minuten und ist innerhalb von 3,5 Stunden wieder komplett aufgeladen. Eine effiziente und bequeme Art der Reinigung mit dem Akkusauger V6 Trigger Plus von Dyson. Der verbaute Nickel-Mangan-Cobalt-Akku liefert ihr mit dem Akkusauger V6 Trigger Plus von Dyson. Der verbaute Nickel-Mangan-Cobalt-Akku liefert ihr mit dem Akkusauger V6 Trigger Plus von Dyson. Der verbaute Nickel-Mangan-Cobalt-Akku liefert ihr mit dem Akkusauger V6 Trigger Plus von Dyson. Der verbaute Nickel-Mangan-Cobalt-Akku liefert ihr mit dem Akkusauger V6 Trigger Plus von Dyson. Der verbaute Nickel-Mangan-Cobalt-Akku liefert ihr mit dem Akkusauger V6 Trigger Plus von Dyson.